Ja? Hallo, ich bin's Carla. Ich will dich nicht lange aufhalten, es ist nur... Susanne, ich würde gerne noch mal über alles mit dir reden. Carla, es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, was das noch bringen soll. Bitte, jetzt gib mir noch eine Chance. Ich hab noch mal über den Kredit für deinen Vater nachgedacht. Wie meinst du das? Können wir uns nicht treffen. Heute Abend um Schneiders. Also gut. Ich hab noch einen Familientermin, aber danach könnte ich da sein. Okay, dann bis heute Abend. Tschüss. Ob das klug von dir war? Susanne, hallo. Hallo. Schön, dass du mich mal besuchen kommst. Immer wieder gerne. Aber ich muss gestehen, heute bin ich verabredet. Ein Rendezvous? Nein, ich treffe mich nur mit Carla von Lahnstein. Die ist noch nicht hier. Tja, und ich dachte, ich komme zu spät. Aber lass dich nicht aufhalten, ich setz mich. Ja, Angelo kümmert sich um dich. Sie kommt sicher gleich. Willst du nicht schon mal was bestellen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch länger warte. Carla hat unsere Verabredung offensichtlich vergessen. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Soweit ich sie kenne, ist sie sehr zuverlässig. Muss es schon einen triftigen Grund geben, wenn sie weg bleibt. Ja, aber dann wird sie sich doch melden. Ruf du sie doch an. Hab ich ja. Sie geht nicht ran. Ja, ist schon okay. Ich nehme ein Glas von diesem leckeren italienischen Rotwein. Eine gute Wahl. Angelo. Nein, nein. Du bist eingeladen. Na dann. Susanne, es ist wirklich nicht Carlas Art. Bestimmt gibt es eine einfache Erklärung. Bestimmt. Vielleicht rufst du sie nochmal an? Susanne. Das ist deine letzte Chance, Carla. Versetzt. Na toll. Und ich dachte wirklich, Carla wäre anders Erst bietet sie mir an, nochmal über einen Kredit zu reden Und dann taucht sie weder auf, noch sagt sie mir ab Hör zu Ich möchte nicht, dass du bei Carla betteln liest Ich verschaffe mir irgendwie das Geld Ich brauche die Lahnsteins nicht Und du schon gar nicht Du hast vollkommen recht Carla kann mich mal Nur für den Fall, dass sie es ist, was ich nicht glaube Ich bin nicht da Hallo Herr Brandner Hallo Ist Susanne da? Unterwegs mit dem Taxi Ich weiß auch nicht, wann sie zurückkommt Tut mir leid Schade Da kann man wohl nichts machen Entschuldigen Sie die Störung Einen schönen Tag noch Ja, gleichfalls Es hat in Strömen geregnet Wie eine Sintflut Aber in meiner Wut habe ich meine eigenen Sachen mit runtergeworfen Dann musste ich runter Ich habe ausgesehen wie eine nasse Katze Und habe mich komplett zum Affen gemacht Und das alles vor dem Betthäschen meines Ex Und das erste Mal Was ist jetzt da? Schönen Tag noch mal Ich würde mich für ein kleines Und das erste Mal Ich würde mich nicht mehr Und das erste Mal Ich würde mich für ein kleines Soll ich mich für ein kleines Boat das ist Ich würde mich für ein kleines Mit dieser Reise entzieht sich Elisabeth nur einer Auseinandersetzung. Statt mit mir zu reden, läuft sie einfach weg. Hör ich da gekränkte Eitelkeit heraus? Ja, jetzt wartet doch erstmal die Geschäftsreise ab und danach redet ihr nochmal in Ruhe über alles. Da willst du nicht rangehen? Siehst du da. Carla! Und war das mit der gekränkten Eitelkeit? Ich habe nur keine Lust, mir irgendwelche fadenscheinigen Entschuldigungen anzuhören. Läufst doch auch nur weg. Du weißt ja nicht einmal, weshalb sie dich neulich versetzt hat. Ist doch egal. Mit dem Thema bin ich durch. Ach, Carla, anscheinend nicht. Das ist wiederum ihr Problem. Ach, das ist doch kindisch. Ach, Papa. Ja, kindisch seid ihr alle beide, Elisabeth und du. Wenn man wissen will, woran man ist, redet man miteinander. Anders geht's nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.